mit dem test wir auch 53 ich habe jetzt gleich ein ist das kann ich mir das gar nicht ja wir können die jetzt auch schon weg flexen weil ich mir eine stadt stärke machen dann mache ich mir da machen wir so dann haben wir schwer wir haben wir haben da nur zwei bürgende stärke geben wir das gold felix dann die den teilzimmer gibt mir eine eisenschalt stärke Können wir den 13 haben? Ja, oder willst du den haben? Ich würd den auch nehmen. Dann nimm du den. Ich mach dir den, ne? Na dann gib du mir deinen Eisenschwert Stärke. Wir können sogar einen Gold behalten, weil ich den Pfeil noch habe. Da liegt der 13er, ne? Hast du ein Zweierschwert schon gehabt? Ne, 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 ich hab noch gar kein Schwert. Wir können dann noch ein Eisenschwert machen. Ich hab hier noch ein Gold. Schade, dass man das Eisen nicht zurücklassen kann. Der hat den über euch Gold! Hä? Ich hab hier. 2, 3, 4. Der Call, Alter. Nö, du bist so spät. Kein Problem. Ich hab selber nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Achtung. Der eine hat Stärke einer Stärke. Kommt unten. Rennt. Lass sie nicht alleine. Oh mein Gott, nein läuft. Also das ist so real. Da stehen wir noch der, der hat Stärke. Oder Funk? Wartet jetzt auf DM. Ja, ich hab die Stärke. Ich hab auch Stärke noch. Das ist nur noch einer. Beruhig dich mal. Geht einfach unten durch. Geht auf die erste und stormt dann ansonsten. Oder sowas. Das blieb da die Base weg. Er hat nen Hit. Ah, da fass ich jetzt gar nicht. Hatte doch nur einer Stärke. Ja, einer wollte es glaube ich gar nicht fahren. Wollen wir rein jetzt? Wir haben Double Stärke. Kevin, deine 10.000 Pfeile da, ne? Nein, Mann, Alter. Achtung. Die EP! Oh mein Gott! So eine sicke EP, Alter! Demi hat den so geflickt, oder? Alter! Hey, was ist passiert? Das ist groß, was ich angeguckt. Alter! Alter!